Die Stimme wäre jetzt noch ein weiterer Aspekt, den du thematisieren könntest. Also welche Lautstärke unterstützt deine Ausstrahlung? Welche Sprechgeschwindigkeit? Welche Betonung? Kleidung ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Also bestimmte Outfits unterstützen eben eine bestimmte Wirkung. Kleider machen Leute, ist ja eigentlich klar, aber thematisiere das mal ganz bewusst im Rahmen deines Ausstrahlungstrainings. Es geht hier auch um das Thema, wie fühlst du dich selbst in einem bestimmten Outfit? Denn Stimmung überträgt sich. Also was ist dein Outfit, in dem du dich selbst wie einen Superstar fühlst? Wie riechst du? Ja, dein Körpergeruch spielt ja auch mit rein und das kann man natürlich auch selbst beeinflussen. Ist klar. Natürlich auch die Ernährung. Also ich erzähle dir keine Geheimnisse. Mir ist nur wichtig, dass du die Zusammenhänge erkennst. Dein eigener Zustand, also so wie du dich fühlst, das beeinflusst massiv deine Ausstrahlung. Der letzte und vielleicht wichtigste Hinweis für mehr Ausstrahlung im Alltag ist, nachdem du diesen Lernprozess nach ein paar Wochen abgeschlossen hast, also ganz enden wird er natürlich nie, das ist auch ein Stück weit lebenslanges Lernen. Aber sagen wir mal, du hast die Basics verstanden und kannst eine gewisse Ausstrahlung bewusst herstellen, dann kommt es darauf an, dass du es schaffst, nicht mehr bewusst darüber nachzudenken oder das bewusst zu steuern. Das muss nun alles automatisch passieren. Ein aufgesetztes Lächeln zur Begrüßung bewirkt genau das Gegenteil. Nochmal zusammengefasst. Trainiere deine Ausstrahlung und zwar draußen in der Fußgängerzone. Verändere ganz bewusst bestimmte Aspekte wie Gesichtsausdruck, Gang, Kopfhaltung, Outfit und so weiter und lerne schnell, wie das mit der Ausstrahlung funktioniert. Auch mal in die andere Richtung, also diese, ich sag mal, abweisende, arrogante Ausstrahlung. Was macht das aus? Und nachdem du diesen Lernprozess abgeschlossen hast, bring dich selbst jeweils in die gewünschte Stimmung und zwar ohne bewusst darüber nachzudenken, was du gerade machst. Dann klappt es am besten.